Was ist das, was wir an dem Ort haben? Einfach toll finden an dem Ort. Das ist so eine Hektik, das ist Großstadt, das ist so etwas Quirliges. Das hat vielleicht auch wirklich etwas zu tun mit Metropole, wo ganz viele Leute so aneinander vorbeirennen und den Abend schon wieder planen und im Hintergrund auch so eine Großstadt-Silhouette. Titel 1